Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen im Restaurant Anna im Schloss. Wie der Name schon andeutet, befinden wir uns hier im Dresdner Residenzschloss. Mein Name ist Tim Graul. Neben mir ist Anna von Dänemark, Kurfürstin von Sachsen, die unsere Namensgeberin ist. Sehr beeindruckende Frau, deswegen haben wir uns für sie entschieden. Sie hat sich auch ein bisschen mit verschiedenen Lebensmitteln beschäftigt. Und deswegen auch ein kleiner Bezug zur Gastronomie. Sie hat unter anderem Tierzucht betrieben und auch verschiedene Pflanzen und Kräuter gezüchtet und gesammelt. Und einiges davon kann man auch bei uns im Restaurant sehen. Wir haben verschiedene Bilder ausgestellt, die von diesen gesammelten und gezüchteten Kräutern angefertigt wurden. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen neugierig geworden. Und nun lade ich Sie ein zu einem kleinen kulinarischen Gruß mit unserem Chefkoch Martin Heinrich in unserer Küche. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de